Wie ging es dir, nachdem Kay und Shindi so durch die Decke gegangen sind? Kann mir vorstellen, dass man sich da fragt, wieso nicht ich? Nein man, tatsächlich, ich denke einfach nicht so. Na klar, ich wünsche mir immer noch, dass ich an dem Punkt komme, wo ich einen vergleichbaren Erfolg für mich selber, für mein Lebenswerk verbuchen kann. Und deswegen bin ich auch noch dabei, deswegen mache ich weiter, weil ich überzeugt bin von dem, was ich mache und weil ich auch noch die Kraft dafür habe. Aber ich bin einfach noch nie so gewesen, egal was man mir nachsagt, es ist sowieso das billigste Argument der Welt, dass man neidisch ist oder nicht gönnt oder sonst irgendwas. Und Shindi ist ja gerade auch jemand, der es auch gerne füttert, indem er es in seinem Buch so dargestellt hat, aber auch zum Beispiel bei Rap Superstar, ich gönne ihm das Eis an seinem Arm nicht oder sonst irgendwas. Aber die Wahrheit ist, das ist eine Lüge. Jeder, der mir länger als zwei Sätze zuhört, weiß ganz genau, dass ich nicht so bin. Ich habe schon immer, selbst im allergrößten Beef zwischen Kay und mir und auch jetzt mit Shindi, ich habe denen noch nie deren rechtmäßigen Erfolg abgesprochen, noch nie. Ich habe immer gesagt, ey, mega, die sollen noch erfolgreicher werden, weil ich wusste schon immer, wenn es anderen schlechter geht, dann geht es mir dadurch nicht automatisch besser. Es bringt mir also nichts, auf deren Erfolg abzuschielen, weil ich irgendwie denke, ich kann mir den nehmen, ich nehme denen das weg und dann habe ich das. Das geht ja auch gar nicht, das ist ja auch naiv. Jeder ist in seinem eigenen Lebensweg auf seine eigene Art und Weise erfolgreich oder nicht erfolgreich. Dass ich mich bei Dingen wehre oder dass ich meine Meinung sage, wenn ich finde, was weiß ich, Shindi hat mir bei Punkt XY Unrecht getan. Das ist einfach erstens mein Recht, finde ich. Und zweitens heißt es aber im Umkehrschluss nicht automatisch, dass ich sage, ich bin nicht erfolgreich, weil Shindi so und so gemacht hat. Nein, unterm Strich bin ich nicht erfolgreich, weil ich einfach noch nicht den Knopf gedrückt habe oder das Ding gemacht habe, was den Knoten platzen lässt. Das weiß ich und ich habe auch nie was anderes gesagt. Also ich bin der Letzte, der irgendwie die Schuld auf andere abschiebt. Es gibt Momente, da hätten Leute, denen ich vorgeholfen habe, sich dafür revanchieren können. Und es gibt Momente, da haben Leute das gemacht und es gibt Momente, da haben Leute das nicht gemacht. Das darf ich und das werde ich auch immer ansprechen, wenn mir danach ist. Aber das sollte niemand verstehen, als dass ich jetzt sage, ich bin, man hat mich unten gehalten oder man hat dies oder man hat das. Ich habe bestimmt Pech gehabt mit manchen Menschen, ich habe auch generell Pech gehabt, aber unterm Strich bin ich noch am Start, probiere ich es weiter und ich weiß, dass ich es schaffe, dahin zu kommen, wo ich es verdient habe. Wo das genau sein wird, das wird sich zeigen. Ich bin geduldig, ich bin fleißig, ich mache weiter. Und gerade Twitch aktuell zeigt sich bei mir als etwas, was vielversprechend sein könnte, um vielleicht auch im Umkehrschluss für die Zukunft mir auch selber eine Plattform und eine Unabhängigkeit zu schaffen, mit der ich dann wiederum natürlich auch auf das, was mir so sehr am Herzen liegt, mein Lebenswerk, die Kunst, die Musik ebenfalls mit Reichweite zu beflecken, um dann auf zweiter Instanz quasi eben wiederum auch dort erfolgreicher zu werden. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich bin bereit, was dafür zu tun. Ich sehe Twitch auch als Segen, weil ich mich nicht verstellen muss. Ich bin auch hier Jasis, der Jasis, der ich beim Rap bin, der eben verschiedene Facetten hat, der konstruktiv und intelligent und anspruchsvoll oder intellektuell sein kann. Der kann auch gleichzeitig mal asozial sein oder lustig, unterhaltsam. Ich bin dort genau der gleiche Entertainer, der ich auch als Rapper bin. Und deswegen beißt sich das für mich gar nicht. Es ergänzt sich eher perfekt, so wie etwas, was ich die ganze Zeit gesucht hatte und es irgendwie die ganze Zeit vor meiner Nase war. Deswegen bin ich auch gerade so glücklich, dass ich gerade mit Twitch ein paar Steps schaffe, die ich lange schon auch an anderen Feldern wie bei der Musik gehen wollte. Leute, die mit diesem Totschlag-Argument neid, die ist das, kommen, haben einfach null Argumente. Ja, finde ich auch. Natürlich, es gibt Menschen, die neidisch sind. Aber nicht jeder ist neidisch, nur weil er etwas kritisiert oder etwas anspricht, wo ihm Unrecht getan wurde. Mir wurde einfach Unrecht getan von Shindy zum Beispiel. Na und? Ich sag's einfach. Das ist mein Recht. Ich finde die Frage auch spannend, gar nicht aus einer Neidperspektive heraus, aber weil du meiner Meinung nach sehr talentiert bist und sehr bedacht und respektvoll wirkst. Ja, ich weiß nicht. Habe ich es jetzt damit beantwortet? Oder dass Shindy kein Feature mit dir gemacht hat, während und nach EGJ, ist schon ein Chöp. Absolut, ja, finde ich auch. Ich hätte das sofort gemacht, wenn jemand mich darum gebeten oder danach gefragt hätte, besser gesagt, ich habe ihn nicht darum gebeten, ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, der für mich etwas Vergleichbares getan hat, was ich für Shindy getan habe. Du bist noch jung, diese Altersfiktion ist voll, dass Hip-Hop und Pop-Ding große Künstler machen, noch mit 60 gute und erfolgreiche Alben. Danke, dass du das sagst, Düsseldorfer Süden. Das bedeutet mir viel, weil ich sehe es genauso und manchmal fühlt man sich allein mit dieser Sichtweise, aber bei mir persönlich ist es einfach so, ich weiß, ich werde älter, ich bin auch älter, es ist für mich gar kein Problem, aber ich sage es dir, es ist egal, wie alt ich bin, ich fühle mich fit dafür. Ich fühle mich fit dafür, ich habe nicht den Anschluss an die neuen Generationen verloren. Ich bin immer up to date, ich bin immer dabei bei den neuesten Entwicklungen. Ich habe die Power, ich habe die Energie, ich habe immer noch mehr als genug zu sagen, ich habe so viel zu erzählen, so viel steckt in mir, was ich weitergeben will und deswegen habe ich Bock, weiterzumachen und es ist einfach nervig und anstrengend, sich dann von Leuten immer anhören zu lassen, ja, jetzt gib es endlich auf, jetzt gib doch endlich auf, wann willst du es endlich einsehen, du bist so alt, das ist so peinlich oder sonst irgendwas und ich schaue in den Spiegel und denke mir, hä, was labert ihr? Ich bin fresh, Alter, ich bin am Start, ich habe Bock. Tut mir leid, dass das bei euch vielleicht anders ist. Ich denke mir auch voll oft, voll oft denke ich mir, ich bin mir nicht immer sicher, aber ich denke mir voll oft, Bro, wer weiß, ob da nicht der ein oder andere dahinter steckt, hinter dem einen oder anderen Account, der auch manchmal sowas schreibt, der vielleicht früher selber mal gerappt hat, vielleicht ist da jemand hinter dem Account, der so alt ist wie ich, der auch früher gerappt hat und es auch nicht geschafft hat, aber dann irgendwann aufgegeben hat und jetzt halt was anderes macht, vielleicht ist er nicht so glücklich damit, nicht so zufrieden damit und schaut ins Internet und denkt sich, dieser Gottverdammte Jesus, wieso gibt der nicht auf? Vielleicht ärgert es die, vielleicht trigger ich die auch damit, weil ich einfach weitermache. Vielleicht denken die sich, eigentlich hätte ich auch gerne weitergemacht, aber ich habe es mich irgendwie nicht getraut oder es ging nicht oder sonst irgendwas. Bro, wirklich von Herzen, falls es solche Leute da draußen geben sollte, es tut mir leid, dass ihr nicht weiter dranbleiben konntet. Es tut mir leid, wenn euch das weh tut. Wirklich, aber das ist nicht meine Schuld. Jeder hat selber in der Hand, selber in die Hand, jeder hat selber in der Hand, was er aus seinem Leben macht. Das Leben ist ein ständiger Balanceakt, heutzutage sowieso mehr denn je. Wir leben in kapitalistischen Zeiten, bla, jeder muss irgendeinem Ideal XY gerecht werden, bis zu dem Alter das und das geschafft werden, Eigentumswohnung bis da, so und so viele Kinder bis da. Manche Menschen knicken dem komplett ein und machen irgendeinen Job, auf den sie gar keinen Bock haben. Hauptsache sie kommen auf Gehalt XY am Ende des Monats. Andere Leute sind die Ultra-Idealisten und sterben arm wie eine Maus am Ende, weil sie nur ihren Idealen dahinter hinterher rennen. Und manche Leute schaffen halt irgendwie so einen Balanceakt. Am Ende muss es jeder für sich selbst wissen. Aber ladet euren Frust, weil ihr vielleicht nicht zufrieden seid, wie ihr damit umgegangen seid, auf mich. Weil ich habe gar keinen Frust diesbezüglich. Ich habe weder Frust, weil ich es bis jetzt noch nicht geschafft habe, noch weil ich älter werde. Weil ich immer noch am Start bin, immer noch Bock habe und es immer noch schaffe, dabei zu bleiben. Macht mir das erstmal nach. Ohne mich selber größer zu reden, als ich bin. Geschenkt. Man kennt mich nur, wenn man sich mit Deutschrap intensiver beschäftigt. Ich bin kein großer Superstar. Kein Problem. Aber ich habe es geschafft, nach 20 Jahren Deutschrap immer noch dabei zu sein. Immer noch bei Deutschrap-Medien erwähnt zu werden. Also ich bin hinten bei Mr. Rap auf der Wand drauf. Über mich erscheinen Newsberichte. Irgendwie schaffe ich das. Mach mir nach. Oder mach es nicht. Aber dann schließ deinen Frieden damit. Und lade nicht deinen Frust, dass du vielleicht solche Dinge, die dir selber am Herzen liegen, aber vielleicht nicht sofort den Ultra-Profit abwerfen, dass du dich da nicht traust, dran zu bleiben. Einfach nur, weil du da dran glaubst. So bin ich halt. So war ich schon immer. Wenn ich so nicht gewesen wäre, dann wäre Charplife gar nicht erst zu einem Deal gekommen. Als wir mit Charplife angefangen haben, war nirgendwo auch nur ein Zentimeter in Aussicht, dass da irgendwie ein Plattenvertrag raus springen könnte. Ich habe daran geglaubt. Als wir angefangen haben, haben wir bei mir ins Kinderzimmer aufgenommen mit irgendeinem Kassetten-Vierspur-Mischpult. Dann habe ich irgendwie es geschafft, Jungs in Überlingen zu finden, an der anderen Seite vom Bodensee, die ein Studio hatten. Ich habe es geschafft, dass ich diese Jungs von mir überzeuge, dass die uns umsonst recorden. Und habe Kay genommen, wir sind da hingegangen, haben unsere ersten Demos gemacht. Und mit diesem Demo haben wir Kool Savasch überzeugt, dass der uns holt. Das habe ich nur geschafft, weil ich so krass dran geglaubt habe. Nicht, weil ich irgendwie eine Garantie gehabt hätte, hey, nächstes Jahr werde ich damit Geld verdienen. Als ich angefangen habe zu rappen, war 1996. Als wir unseren ersten Deal gesigned haben, war 2003. Das waren sieben Jahre später. Zeig mir mal heutzutage einen, der die Eier hat, sieben Jahre lang an etwas dran zu bleiben, obwohl er damit keinen Cent Geld verdient. Obwohl er dann überhaupt gar nicht in Aussicht hat, ob es irgendwie klappen könnte. Zeig mir mal einen, der sich das traut. Ich könnte es auch dumm nennen. Kein Problem. Aber lass mich doch in Ruhe mit diesem Gelaber. Also das ist jetzt wirklich an diese Hater gemeint, nicht an jemanden Konkreten hier im Chat, der irgendwie mir sagen will, gib es doch auf und lächerlich. Ich weiß, es wird natürlich auch durch Beefs angefeuert, wenn sich dann ein Marvin Kalifornier hinsetzt und sagt, du bist ein Nichts. Du warst nichts. Du wirst nie ein Nichts sein, Bro. An jeden, der so über mich denkt. Mach erst mal das, was ich mache. Und wenn du es dann geschafft hast, Gratulation. Und dann kannst du dir auch vielleicht anhören, dass Leute dir sowas schreiben. Wir werden halt alle älter. Klar ist das komisch, aber es ist ja nur die Zeit. Ja, schon. Aber wisst ihr, wie ich das immer gesehen habe? Ich sehe da eigentlich sogar eher ein absolutes Potenzial für die Zukunft. Ich habe das sogar immer positiv gesehen. Wir werden alle älter. Das ist absolut richtig. Und deswegen verschwindet auch immer mehr dieses Bullshit-Argument, dass Rap nur eine Musik für Kinder ist. Darüber sind wir schon längst hinaus. Damals war das ein Diss von Echo gegen Savas. Savas, du bist schon Anfang 30 und langsam zeigt sich, heute sind so viele Deutschrap-Fans schon längst über 30. Und von Jahr zu Jahr werden immer mehr Menschen noch älter, die aber trotzdem, obwohl sie schon älter, auch über 40 sind, die haben aber trotzdem noch Bock auf Deutschrap. Was sollen die Armen jetzt machen? Die haben trotzdem Bock auf Deutschrap. Aber die können sich jetzt natürlich keinen 17-Jährigen anhören, der über Lean rappt oder über irgendwelche Dinge, die einen Mitte 30- oder Mitte 40-Jährigen jetzt in seinem Alltag einfach nicht mehr beschäftigen, weil er in einer ganz anderen Phase seines Lebens ist. Und ich glaube, dadurch entsteht einfach von Jahr zu Jahr ein immer größerer Kuchen, auch mit einem Publikum, was eben auch Bock auf erwachseneren Rap hat. Und ich sehe das als, Alter, voll geil. Das heißt also, je länger, je älter Rap wird, insgesamt, natürlich wird der Bärenanteil, oder der größte Anteil, nicht der Bärenanteil, ich weiß ja jetzt, dass ich das immer falsch benutzt habe, der größte Anteil wird natürlich immer die Jugend bleiben, weil die ploppen neu auf und die hören auch mehr Musik als alle anderen, weil die haben auch mehr Zeit. Aber ich glaube, langfristig entsteht ein Publikum von Rap, was so heterogen ist, wie unsere Gesellschaft, dass du also von alt bis jung Rap hören kannst. Und ich bin am Start, Alter. Ich bin am Start. Ich will am liebsten noch mit 65 Songs rausbringen. Warum nicht? Warum nicht? Dann werde ich dort dann in dem Alter Dinge behandeln, die mich in dem Alter beschäftigen. Ich finde es geil. Ich freue mich da drauf. Ich sage ehrlich, ich habe keine Angst vor dem Altwerden. Ich bin am Start.